Hi Leute und Willkommen auf meinem YouTube Kanal. Ich bin euer FireGhost und hier zeige ich euch alles rund um Games, das heißt Easter Eggs, Glitch, alles was Games sind, Let's Plays, Gameplays und viele, viele mehr. Beispielsweise Battle Royale Wolfe oder auch nicht. Let's Play, auf die Kraft, Easter Eggs und Glitch, alles auf meinem Kanal. Und natürlich Call of Duty, Black Ops 3, was jetzt noch rauskommt. Natürlich Gameplays, Easter Eggs, Let's Plays, Alles Mögliche und noch viel, viel mehr von Games, aber jetzt auch mal zusammen. Die Challenge habt ihr schon auf meinem YouTube Kanal gesehen. Es folgen natürlich noch andere Challenge, das ist einfach nur ein Beispiel. Und ihr findet auf meinem Kanal jetzt noch Blog-Videos und weitere Projekte folgen. Wie geil erfolgen, wie auf die Gamescom noch zu gehen und noch viele, viele geile Projekte, die jetzt am Start sind noch, die noch dieses Jahr rauskommen. Also, wenn euch das gefallen hat, dann lasst ein kostenloses Abo da.